Abstand, mein Herr. Abstand. Der macht dir gleich ein großes Loch dran. Wow! Alter Schwitte! Ich sag ja! Ja, moin! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deep Rock Galactic. Ich dachte, ich nehme mal wieder auf, weil inzwischen einige Updates rauskamen und sich der Glock das Spiel noch geholt hat. Dementsprechend bin ich jetzt hier mit dem Glock und dem Gags unterwegs. Mal gucken, was wir so erleben werden. Hallo! Moin! Rissenskomitee. Ja, echt. Wow, was schneller. Oh, schnell ist keiner. Irgendwo. Hör mal auf hier rum zu gießen. Also es gibt ja mehrere Ausgänge. Bei mir gäbe es auch noch einen. Wo waren wir durch? Alter, wieso? Da such dir einen aus mir vorbei. Hä? Du hast... Mal kurz auf die Dinge gucken. Du hast bei mir gerade... Ja, man. Back da gerade so ein bisschen... Du hast das hier reingeschüttet in das Loch. Statt in... Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Oh, hier wo die Glock ist, geht es runter. Ja. Haha, toll. Schäkel. Holumite ist hier. Ja. Meins, meins. Und noch ein bisschen. Und hier ist ein Ei drin. Das siehst du erstens an diesen Fischern. Also an diesen Gewächsen hier. Und zweitens, wenn du... Auf eine Karte guckst. Ist da so ein gelbes Ding. Ein gelber Punkt. Da sind Sinos drin. Ich würde sagen, ich hole das Ei hier mal. Jetzt hast du meine Attention. Ah, und hier ist auch noch ein... Kommen wir hier rum. Ja, warum war es wie, wann, wo? Wie, wo? Ach du Wichse. Was ist das denn? Ein Dings. Was hat es mit den Augen aus? Ich die Höhe noch nie gesehen. Ja, die sind für mich auch neu. So, hier gibt es ein Ding. Die gucken auf jeden Fall weg, wenn du sie anschießt. Wo ist der verdammte Pincam? Ich habe Angst, dass irgendwelche Viecher gleich rauskommen. Burn it! Hans! Na gut. Oh, hier ist noch Morkite drin. Nicht Morkite. Nitra. Ja, hier geht es dann weiter runter. Ich würde schon sagen, wir holen erst einmal das Ei. Genau das. Schön. Schön hell hier, dieser Kristall. So, von wo kommt denn der Swarm? Das ist gute Frage. Guck mal, schnitt da. Diese Augen, ey. Ich würde sagen, die kommen von beiden Seiten. Was ist da so ein feindlicher Mule? Kann das sein? Feindliche Mule, was? Klang so, ich habe Schritte gehört. Es gibt manchmal Mutes, die infiziert sind sozusagen. Das sind so Kampfroboter dann, aber... Also nicht so Sammelroboter, sondern Kampfroboter so. Wenn die infiziert sind, dann kämpfen die Gegend. Haben wir sowas nicht? Gute Frage. Man muss dann quasi nur den Pilz von ihm herunterschießen, oder was auch immer das ist. Und dann... Äh... ...kommt er für dich. Katzei. Sir! Scheiß Gift, ey. Die haben auch übrigens die, äh, die Achse überarbeitet. Inwiefern? Ähm... Naja, du musst jetzt... Du kannst ja jetzt nicht mehr nur kurz andeuten, sondern musst ja wirklich gedrückt halten. Stimmt, ja. Und wenn du dann zusätzlich nochmal einen Linksklick machst, dann macht der so einen Power-Up-Strike. Wie meinst du? Links und Rechtsklick, oder was? Ja, wenn du Rechtsklick drückhältst, dann kurz einmal Linksklick machst. Ich weiß aber nicht, ob der geht. Äh! Exkluder! 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 Also richtig, dicker, Exkluder. Auffall. Der hat... Der ist eine Mini-Uf. Und den nicht nah ran. Der ist eine Mini-Uf. Der ist eine Mini-Uf. Aber wir können auch Schlaf machen. Aber wir können auch Schlaf machen. So kann alles gut. Abstand! Mal ja. Abstand! Der macht die gleiche große Socken dran. Abstand! 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 Geil, Alter! So. Ich glaube, hier kommen wir wieder zum Anfang zurück, ne? Das könntest du sogar haben. Ja, graben wir uns mal einmal durch. Jawoll, graben! Und welche Viecher sind hier, würde ich sagen. Für so ne Vermutung. Klingt so. Alter! Schwere Füßungskomitee. Auf! Äh, wir haben Flyer. Wer verteilt denn hier Flyer? Bis zum 1990. Hm. Oh, Gold. Na dann würde ich hier rein, oder? Gold? Haben wir es übersehen vorhin? Nein, meins. Hä? Das kriegen alle. Wir haben gesagt, meins. Du bist kein, äh, Schweizer. So, wo müssen wir denn gerade durchstehen? Gold, auch wenn du Berge hast. Plup! Hier ist noch, hier ist noch mal Gült. Gülener Zurückbringer. Noch ein Ei! Augen! Augen! Ach, hier ist auch noch, äh, Dingens. Wie sieht's vor, ich nehme sofort das? Äh, ich hab tatsächlich noch 200 Schuss. Ich schläge es. Hab eigentlich noch. Gut. Ja, ich mein, wenn du was brauchst, dann musst du was rufen. Punkt. Nee, nee, nee. Achso, du holst das Ei, ne? Warte. Dann bleiben wir direkt hier. Na, dann hol du das Ei. Jlock, halt, 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 guck auf Karte. Jetzt ist er runtergefallen. Nee. Mit Döll wurden Fehler begangen. Oh fuck, was ist das? Ich bin gecrafted. Ach, die Viecher. Das ist ja schon so ein bisschen Horror. Schon ein bisschen, ne? Das Ei war übrigens hinter dir. Du hast ihn in die falsche Richtung gebracht. Soll ich das schon raushauen? Ja, 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 ja. Ist halt gerade ein bisschen irgendwie und so. Ja, weiß ich nicht, dann runter zum Glock, oder? Ja, noch nicht. Ja, komm doch mal hier so. Guck, dann kann der Glock. Schafft er das da irgendwie hin? Jo. Gleich. Vielleicht. nicht, wo du's schweifft. Und hier wäre auch noch so ein. Na gut, jetzt machen wir mal hier erstmal. Hier noch nicht mal. Wir sind ein bisschen zu dir. Neu, 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 neu. Neu, neu. Beut mir noch bitte, der mich hier in Ohr lassen. Ja, dann. Guck nacht. Ok, dann geht's. Hoppala! Ganz viel wohl erwischt. Wo geht's denn hin? Unter mir. Unter dem Gold natürlich. Das ist doch was Großes gerade. Ja, guck geliehen. Äh. Unter dir, unter dir, unter dir. Hallo? Das Ding ist genau auf mich gefallen. Bisschen widerlich. Ah. What happens? Wird das nicht runter an oder so? Ok, danke sehr. Äh, da ist Mork halt noch da unten. Quatsch. Nitrat. Äh, da wo die... Da wo das Ding bei uns hinführt, ist noch so ein Dingesteil. In der Wand. Wo das Ding bei uns hinführt. Wo die, ja hier mein, mein Rope. Ist noch eine gespannt oder ist das... Ne, da wo du dranhängst. Am anderen Ende. Ach, an der Decke das ganze grüne Zeug? Ja. Was ist denn das? Nicht das ganze grüne Zeug, aber halt hinter dem grünen Zeug. Was soll da sein? Na, so ein grünes, äh, Ding des Romans. Was ich dir wieder, äh... Warum sehe ich das auf der Karte nicht? Jade ist. Ja, weil das ist, weil du die nie siehst. Ah, wusste nicht. Die grünen Teile siehst du nie. Ja, das ist übrigens so voll für dich, Rebims. Ja, danke. Äh, ich suche jetzt erstmal das grüne Zeug. Grüne Zeug. Äh, wir mussten ein bisschen mehr nach oben und rechts. Danke. So. Oh, was ist da denn da? Oh, da ist ein Haufen Nitrit. Wuhu. So weit hinten dran. Hm, ich leuchte. Grünlentsch. Ey. Okay. Ich bin der Mule, ich bin der Tüter voll. Mit C kannst du rufen. Aua. Warte, 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 warte. Ich brauch den noch kurz. Äh, ist hier noch ein großes Weg. So, jetzt kannst du mal rufen. Ah. Hallo. Ich hörst nicht über mir schreien. Ja, ich auch. Beziehungsweise sicher nur die Schüssel. Oh. Du bist ein guter Mule, Molly. Nö. So, dann gehen wir mal zum Molly. Deck Neri haben wir schon mal. So, dann gehen wir mal. So, dann gehen wir mal. So, dann gehen wir mal. So, ist das das einzige Eis hier noch? Nee, wir haben noch. Dann hole ich das hier schon mal raus. So, dann gehen wir mal raus. So. So. Wobei, dann sollte Gags erstmal herkommen, weil dann kriegen wir wieder einen Schwarm ab. Auf dem Weg. Da hast du nämlich wieder ein Ei drin. Jawohl. Das wäre dann das letzte. Oh, gut. Ja. Nitro haben wir einen notfalls normalen. Ja. Oh, ich habe auch gerade nochmal gut was gesammelt. Der hinter uns, ja. Da scheppert das gewaltig. Äh. 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 Super nice. War das jetzt echt schon die Welle? Naja, das sind ja immer nur Semeni. Alter Schwede, das ist der Sieb, ey. Äh. 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 Ich kann zum Beispiel Granaten werfen. Soll ich mal drücken? Ja. Aber mehr ist ja nicht. Inzwischen musst du auch gedruckt halten. Früher musst du es nur anklicken. Na, wo gehen wir hin? Wo? Na runter. Äh. Ja, direkt neben uns ein Spawn ist das. Auf jeden Fall müssen wir hier runter erstmal. Naja, ich meine hier geht es ja auch noch hoch. Ja, da war ich eben so. Kommst du nicht mehr so runter. Ja. Follow Molly. Molly. Ja. Dropport departing in T-5 Minuten. Abfahrt. Auf jeden Fall. Aua. Hm? Ne, Moment. Da ist ja ein Tollmann da weggegangen. Ah. Ach. Transportkapsel. 40 Meter. Super nah. Äh. Fuck. Wo ist Molly hin? Oh Gott. Ah. Da lang. Da lang. Da lang. о Aua- Na dann! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020